Was? Morgen. Jetzt versteht man dich. Morgen. Ich hoffe, es macht Ihnen nichts aus. Das da, das da, das da. Nee, das nicht. Okay. Okay. Wo waren wir? Sehr gute Frage. Keine Ahnung. Tourteile. Ähm. Corona-Aufschicht, Zielpunkt, Flüchtige. Flüchtige Chemikalien. Also daraus. Stopp. Erstmal das hier. Neu. Ich werde Ihre Apparatungen übertreffen. Das und das. Genau. Ähm. Da lang. Dann muss... ...steine. ...so nicht mehr. Ähm. Buh. Buh. Stopp mal. Ich hab doch hier misser. Ach du Heimatland. Äh. Da hin? Dass da? Dass da? Dass da? Dass da? Dass da? Das ist doch was wie ein Geschenk. Ne. Doch. Ne. Was denn jetzt? Benutzung, Herstellung, Gegenstands, Lernen, Bauplan, Vektron, Archäologie. Ne, weh, jetzt wird verkauft. Ach, wieder Färbemodule, jetzt für mich. An Vermächtnis gebunden, Siegelring des Morphs, Imperiale Erinnerungsstück, Rang 3. Äh, Jungerhaltung ist noch irgendwas. Raketen-Bio-Scan. Okay, das ist Heilige, besser als meins. Prototyp Handschuhe, Abstufe 61. Schuhe, Abstufe 61. Kanone von Tolko, Abstufe 61. Zielerfassung, irgendwas. So ein Geschenk. Ohrstück von, noch irgendwas, Stufe 61. Nochmal so ein Ding, Stufe 61. Ein Gürtel, Stufe 61. Ja, gut. Dann bin ich schon mal fertig ausgerüstet, wenn du 61 bist. Ey, ich hab hier 1, 2, 3, 4 mal Handschuhe für Stufe 61. Das ist nicht immer normal. Okay, persönliche Eroberungsrequisite, gewährt 50 Tonnen persönliche Eroberungspunkte benutzen. Okay, Universal Sammeltresor, da hab ich nur wieder was für das komische Ding. Geld in den Rucksack mit nur Geschenken drin, ey. Ach Gott. Das ist nicht das zum Aufmachen. Das ist zum Aufmachen, das ist wieder ein Geschenk. Komplette Ausrüstung, die heilige Scheiße, besser als meine. Ausrüsten. Ausrüsten. Die Schnelligkeit geht verloren, dafür Präzisionswerk. Ausrüsten. 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 Und jetzt Flüster öffnen. Kostenloser erheblicher Rufschuh. Zweimal große Tasche. Ich hab keinen Platz mehr im Inventar, man. Scheiße. Kira, kann ich dir irgendwas geben? Mittlerer Einfluss. Oh, großer Einfluss. Danke. Kein Einfluss, kleiner Einfluss. Mittlerer. Danke. Mittlerer. Großer Einfluss, okay. Danke. Mittlerer Einfluss. Großer Einfluss. Anscheinend mögt ihr mich doch? Danke. Äh... Kleiner, kleiner, gar... ne, kleiner. Äh... Tasche öffnen. Nochmal ne Tasche drin. Hä? Hä? Ja, da. Danke. Was ein Geschenk. Wow, wow. So, dann... Kann ich jetzt das noch verkaufen gehen, ja. Melden Sie Ihre Beschwerden. Verkaufen, Verkaufen, Verkaufen. So... So... Was ist das? Das war dieses komische Schwert. Da wollte ich mir den Kristall rausnehmen. Genau. Hier ist auch ein Schwert. Stufe 49, Elektrostab mit gelbem Kristall drin. Das wird da rausgenommen. Und das kann ich verkaufen. So... Sie sind einsatzbereit. Kehren Sie auf Ihren Posten zurück. Guuuut. Die Taxiplattformen sind geöffnet. Siedepunkt. Flüchtige Chemikalien. Wo ist das andere? Wer ist? Ich wünsche Ihnen einen sicheren und angenehmen Aufzug. Ob ich bin... Oh, ich würde eine schnelle Reise nehmen. Könnte ich dull hier. Das hat sie gut. Man kann nicht nur hier. Ach so, was ich meine, einаний Aili. Sehr gut. Wir sehen uns zu haben. Chiara trittet. Ich bin super. Vermächtnis der Führungsstärke, Gefährten kehren beim Verkauf von Schrott noch 30 Sekunden zurück. Verkaufsvoraussetzung Kartellmünzen oder Kaufvoraussetzung 10.000 Credits. Erfordert Vermächtnis Stufe 5, ich bin aber schon Stufe 17. Vermächtnis der Unverzüglichkeit, reduziert die benötigte Zeit zum Vergeben von Geschenken in Gefährten um 20%. Ah ja, verbesserte Raumjägererfahrung 1 erhöht die Menge an Erfahrung für das Abschließen von Galaktischen Raumjägerkämpfen um 6%. Das kaufen wir auf jeden Fall mal. Das kostet mich jetzt 30.000 Raumjägererfahrung. Okay, verbesserte Klassenmissionen-Erfahrung erhöht die Menge an Erfahrung für das Abschließen von Klassenmissionen. Verbesserte Weltraum-Missionen-Erfahrung, die gönnen wir uns auch mal. Sind die für immer oder sind die für immer? Die sind für immer. Verbesserte Flashpoint-Erfahrung erhöht die Menge an Erfahrung für das Abschließen von Kriegsgebieten. Verbesserte Ruhenpunkte. Erkundentücher sowieso gerne. Gönnen wir uns die mal. Erhöht die Menge an gewonnenen Gefährteneinfluss. Gönnen wir uns auch mal. Erhöht die Menge an gewonnenen Gefährteneinfluss durch Gespräche um 10%. Was habe ich denn jetzt? Gefährtengeschenk. Ah, okay. Erhöht die Chance. Ein aufgewertes Ergebnis beim Handwerk um 1%. Gefährtenkörner im Verkauf von Schrott noch 30 Sekunden zurück. Schaltet HK51 als Gefährten für einen republikanischen Charakter frei. Eine Million Credits. Ja. Tweek. Schaltet Tweek als Gefährten für einen imperialen Charakter frei. Warte mal. HK51? Der war doch aus Knights of the Old Republic. Ja, genau. Den musste man nämlich reparieren. Hm. Okay. Ich muss wieder Geld sammeln. So. Wo geht's hin? Nach da hinten. Wie komm ich da hin? Ach, du Heimatland. Äh, ne. Du hast doch zu verkaufen. Gut. Warum hab ich blauen Pfeil über mir? Ja. Okay. Da hab ich jetzt eigentlich alles. Ja, hab ich. Gut. Dann einmal Autofahren. Nein, ihr seht mich nicht aus. Nehmen wir da lang. Dann rein theoretisch hier rum. Und da oben dann wieder hoch. Dann hier rum. Da landen. Dann einmal rechts rum. Dann einmal rechts. Ah, hier muss ich leider kämpfen. Schein. Dann war das links rum, glaube ich. Nee, rechts rum. Genau. So, dann kann ich jetzt das hier mal. Dann schon wieder was zum auspacken. Äh. Der Suche helfen da. Ihr Wunsch ist mir Befehl. Die Angelegenheit ist so gut wie erledigt. Jo, da ist es mal. Dann soll ich mal das erste. Oh, dann geht's um ein paar27. Oh, dann geht's um ein paar28. Es gibt also keine Ahnung. Keine Ahnung. Kasprig! Keine Ahnung. Einz von drei. Eine Ahnung. Einz von drei. Okay. Okay. Ach ja, mach mal. Ich will looten. Der Dulli ist auch down. Was hab ich denn hier? Schwerer Stab von Pravath. Erfordert Elektrostab, Stufe 61, boah. Kleiner Wichsfush. So. Und wo ist Nummer 3? Ja. Ja, gut. Gut. Das ist Nummer 3. 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 Das ist Nummer 4. Das ist Nummer 4. Das ist Nummer 4. Das ist Nummer 4. Ich hab den Kopf gerade zerbrochen. Das ist Nummer 4. Das ist Nummer 4. Das ist Nummer 3. Das ist Nummer 4. Das ist Nummer 4. Nummer 4. Das ist Nummer 4. Das ist Nummer 4. Das ist Nummer 4. das erste einfach noch fertig habe ich alles so gerne zu dr. misa zurück wir gehen jetzt dahinten jetzt fliegen mit einer klappe schlagen hier 708 so ist das denn überhaupt okay der großen die anfangs bei der raumschiff donnerwerfer ist okay da bin ich gerade nicht ich bin gerade teil der arbeit genau da rum so guck mal was da brauche ich nur lenken ach ne da steht schon wieder welche komm du auch noch so einmal hier drauf und einmal automatisch fahren danke geradeaus links rum und dann rechts rum okay so da drinnen ist das ja was war das da sicherheitssysteme beeinträchtigt gefahr der systemverlastung hoch evakuierungs warte mal was ich muss was deaktivieren haben vor zehn minuten zu verarschen schnack zu uns kämer ich bin froh dass ich das von mir machen muss ich hasse es um durch zeitdruck zu arbeiten gut äh gegner das sind drei dinger deaktiviert haben öhh kaltus aktualisierung raffinerie antrieb all war notabschaltung erfolgt schluss sicherer im systeme beeinflusst im zu gegen 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 Da noch 15 Gegner hier bei Klatschen, ey. Holy shit. Will ich mich hier durchmogeln? Ich glaube nicht. Doch. Ich habe mich hier durchmogeln. Oh, die pushen die einfach nicht. Vor allem das ist nicht immer ne Held plus 2 Mission, das ist ne ganz normale Standard Mission. Hier guck die sich nicht schlafen. Ach, die Gegner gehen, ich kann sie mit 4 Stück auf einmal aufnehmen. Aber der Zeit der Spinball 7.50 angekommen. Und ich muss halt noch 7 Druinen klatschen und 3 so ne Dinger da anbümmeln. Das ist natürlich kacke. Oh, hier ist Nummer 2. Raffinerie Antriebe stehen vor Ausfahr. Gefahr der Systemverlastung. Fetisch. Corellia Kampf gegen Feinde. Okay, nice. Okay, das mit dem Druiden Klatsch, das ist easy. Da brauche ich noch 2. Und das letzte Ding zum deaktivieren ist genau da wo der Druid ist. Passt ja. Das ist fast ja wie angegossen. So, der Druid ist weg. 6 Minuten noch hier so. Oh, da ist die letzte Konsole. Ah ok, 5 Minuten bräuchte man Lust dafür. Wartus Aktualisierung. Notabschaltung, erfolgreich. Gefahr der Systemüberlastung, abgewendet. Gut, das ist die nächste Zeit. So schnell stirbt nun Mann. Okay, äh habe ich gerade 2 Kiste mit ihm abgeschlossen. Das passt ja. Das passt, das passt, das passt und ich muss jetzt einmal dahin und einmal dahin, okay. Ah, nein, erst mal hier rum. Was ist das denn? Ich habe vier Wohlstandstoken bekommen aus einer Leiche. Ja, keine Ahnung. Ich müsste normalerweise dabei stehen, was das ist, also für was. Ich weiß auch nicht, ob das in meinem normalen Metall ist, ich kann gar nicht schauen, ich bin am Kämpfen. So, wo ist der Duli? Da hinten. Das ist der Duli, die und ich heißt, dass ich die Wohlstands gegen Wahn eingetaucht werden kann. Drei von 10.000. Ja. Kein Plan. Naja, da kannst du dir ungefähr vorstellen, wie viel du brauchst für einen Gegenstand zum Eintauschen. Du brauchst locker 5000. Weil günstig ist in dem Spiel hier nichts. So, erste Quest. Jetzt gebe ich die zweite ab. Und dann habe ich zum Glück nur noch zwei auf dem Planeten. Dann muss ich tatsächlich Google anwerfen wegen der restlichen Data-Cons. Googlehst du eigentlich, wo die sind oder auf einem Weg dahin? Oder findest du eine Nervekitzel, dass du rauskommst? Ich google nur die Codes, wo die sind. Ah, okay. Mehr nicht. Wie man da hinkommt, das gucke ich lieber selber nach. Macht ja dann mehr Spaß. Ja eben. Hätte ja auch sein können, wenn man sagt, ja, jetzt gucke ich eh schon, dann kann man auch. Außer bei den Ehen of Taris, wo du da ins Feuer springen musstest. Ins Feuer springen? Ja. In Verbrennungsanlagen. Genau, wo du da dieses Ehen-Ding rausholen musstest, damit du oben das auch schließen kannst, das Ehen. Da habe ich mich halt mal richtig reingelesen. Ehrlich gesagt, ohne deine Tipps hätte ich das auch nie im Leben geschafft. Ja. So einfach wartet dann auch nicht. Ähm, hier drinnen müsste der Duldi sein, genau. Ja. Ich glaube es nicht. Ich hätte nicht gedacht, dass jemand die Explosion der Fabrik verhindern könnte. Das war ein verdammt großes Risiko. Und eine Menge Leute verdanken euch ihr Leben. So. Ich habe nur getan, was richtig war. Ich wünschte, wir hätten mehr Leute wie euch, die für das Gute kämpfen. Passt auf euch auf da draußen. Wer sagt, dass ich fürs Gute kämpfe? Hä? Dumm. Der Staat des Jedi tut es. Oder besagt das eigentlich? Ja, der hellen Jedi. Ich bin ja ein dunkler Jedi. Der noch keine rote Klinge hat. Na und? Ähm. Nicht jeder Siv hat auch eine rote Klinge. Ich muss gerade echt überlegen, welche. Ich glaube es gibt noch lila und eine gelbe Siv. Lila hat tatsächlich viele Siv gehabt. Ja, genau. Aber ich meine, da gab es noch eine Farbe außer rot. Na egal. Keine Ahnung. Ich weiß, dass ich auf Knights of the Old Republic immer mit einer roten und ich glaube mit einer schwarzen oder mit einer lila rumgerannt bin. Weil da hat es ja alle möglichen Farben an Kristallen. Äh, dahin. Aber wobei, nee, warte mal. Ähm. Ja gut, ich weiß jetzt nicht gerade, ob es schwarz. Kann doch. Dunkelklinge. In den Spielen gibt es, äh, sowieso alle möglichen Farben. Mhm. Ähm. Hier. Du hast gesagt, bei der Donnerwerft ist das. Da wollen wir doch mal Lunsene. Ähm, 7, 18, 17, 0, 2. Und Darko hat nicht gesch... Ja, okay, nee. Die Minuskoordinate geht nur bis minus 400. Okay. Da musst du nämlich auch aufpassen, Darko. Das wäre es jetzt, wenn ich eine Minuskoordinate vergessen habe. Okay, hier bin ich... Ich, ähm, ich muss... Süd... Östlich tatsächlich. Also in die Richtung, wo ich gucke. Und das ist bestimmt irgendwo ganz oben. Das ist auf so einem Podest, ja. War mir irgendwie klar in der Stadt. Vielleicht nicht so ganz so hoch wie Schiffe, aber... Vier, fünf Etagen über, dann ist das locker. Wie hast du das noch bitte schön gesehen? Es funkelt einen da so direkt an. Das ist so lila, bläulich. Das hat mich so direkt da angefunkelt, weil ich da hinten noch, äh, eine Aufgabe hatte. Aber ich hab keinen Plan, wie man da hinkommt. Sieben, achten, eins, sieben. Also wäre das jetzt hier lang. Und dann nochmal ein bisschen so, okay. Äh. Du-du-du-du-du-du-du... Du-du-du-du-du... Okay. Es ist auf der Seite bei der Kantine da. Im Fall laufen ja so Straßen ziemlich im rechten Winkel immer so raus und da. Auf der Seite ist das. Also rechts oben. Ach, schau mal an, da oben ist es. Punkt, das Funkelein so an. Okay, ich müsste rein theoretisch da drauf. Ne, ich muss dann... Doch, da hinten. Auf diese Stange, da geht es dann hoch. Das heißt, ich muss da irgendwie drauf kommen. Ähm, kann ich hier auf dem Zaun laufen? Bestimmt nicht. Doch, ich ist ein super Jedi. Und natürlich werde ich angegriffen, du willst mich doch veröppeln, ey. Aber wie soll man dort da drauf kommen? Brauchst du Hilfe, Kira? So wie die eigentliche Katze tun hat, ja, die braucht Hilfe. Na gut, gegen den Besitzer. Ey. Ist mein Lichtschlubb in die Fresse, wenn ich wegbaue? Ist das einfach? Da ist eine Lootkiste. Bewacht von zwei Droiden mit Sternen. Nö, hol ich mir nicht. So, das heißt, ich muss da oben aufs Dächle. Sprich, ich muss... Komm, ich... Hier kleidet ein Dingsbums lang. Kleidet was? Cool. Ha. Was war das für ein Schiff? Keine Ahnung. Ja, oh, ich spür's auch, dass du jetzt was bestimmt hier nur so lang, äh, fährt, rollt. Das Tag sieht jetzt zerstören statt. Komm ich? So ungefähr. Komm ich? Kann ich? Nein, nein, nein. Au. Okay. Das war so jetzt nicht geplant. Okay. 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 So schnell stirbt niemand. Wie komm ich da hoch? Hier gibt's keinen Fahrstuhl, nee. Oh, nee. Die hab ich nicht gesehen, geil. Hier kommt das Raumschiff schon wieder. Hat mich umgefahren. Hat mich umgefahren. Traut sich was. Böses, böses Raumschiff. Von hier oben komm ich auch nicht wirklich drauf. Oder gibt's da irgendwo ein Loch, das ich hier so... Bouncy, bouncy machen? Was? Jetzt hab ich schon mein Arsch im Gesicht. So. Und frag nicht. Da ist auch Kinnloch dran, vielleicht da drüben Ne, da ist auch Kinnloch Komm ich hier überhaupt hoch? Ich komm hier dazu So Lol Okay, wenn ich jetzt hier hochkomme Leck mich am Arsch Komm ich nicht weiter Alter Scheiß Droide Nein, nein, nein Ich muss die ganze Plürre nochmal machen Okay Ja, aber jetzt kommt man da nicht hoch Das kann nur dort gehen Richtig auf die Gebäude hoch Glaub ich mal nicht, dass man da drauf kommt Auf der Schwebebahn kann man nicht langfahren Und hier drinnen glaube ich mal auch nicht, dass es da irgendwo noch einen extra Ausgang gibt Dann versuchen wir das jetzt mal ohne Kleider, würde ich sagen Oh ja, ist gleich viel einfacher Ey Kira, wenn du runterfällst, ne Dann bist du dämlich Wenn du dich runter schubsen lässt, bist du noch dämlicher So Dann da drauf Da lang Und die hat Schaden bekommen Ich guck, die ist wirklich runtergefallen So Hier drauf Jetzt komm ich hier nicht So Hier drauf Oh Bin ich schon mal hier oben Beim Oh Oh Schön Ich muss mich erst mal umgucken Cool So Denn Müsste ich rein theoretisch hier hoch Genau So So Wie soll ich denn das schaffen hier Jetzt So Ich habe schon mal gesagt, dass ich ganz hasse Die sind abartig Nicht nur in dem Spiel oder nur in dem Spiel Alle Einfach alle Jumpruns Vor allem wenn die auf solchen Hässlichen Rohren lang grenzen, wo du jederzeit runterrutschen kannst Okay, jetzt kann ich hier auf das Dach tatsächlich So So Ich habe es Nice Wirst du Beherrschung geben, oder? Moment Jedenfalls nach der Farbe zu Ort Oh Gott Warte Andere Andere Sind dann ist Schaffe ich den Sprung? Ich lache Ich lache dich aus, wenn nicht Obwohl ich muss es selbst erst mal schaffen Du Blöde Wie bist denn du da rüber gekommen? Oh Die ist mir jetzt voll in den Weg gerannt Die Kiro Ich dachte Die schubst mich runter Alter Sie hat Ne, ne Ich dachte Also geschafft Zum Glück Ne, ne Also ich bin jetzt so beim Data-Kondom Oh, fuck Beherrschung Plus 4 Können auch immer mehr, glaube ich Oh, diese Alte Man kann ja durch hier ein Blitzes durchrennen So, und wie komme ich jetzt ohne Damage zu kriegen hier runter? Im ganzen Weg nochmal zurück Oder einfach runter plumpsen Überlebst du das? Ja, misst es ja Und wenn nicht, dann ist er in der Beste 8000 Damage Okay, dann haben wir das Ah, habe überlebt Gerade so Ähm Gut, dann haben wir schon mal das Erste Fehlen nur noch 4 Aber das war jetzt, äh Hier unten in der Ecke Da unten Irgendwo du siehst Da oben könnte tatsächlich noch eins sein Vor allem, ich habe mich fast überall wo ich langfahre Guck ich mich halt um Ich habe das einfach nicht gesehen Und ich gucke da hinten in der Ecke Bin ich einfach nur vorbeigefahren zum Aufdecken Aber da warst du, oder? Ja Sonst hätte ich ja die ganze Map nicht schon aufgedeckt Ist halt seltsam, dass mir das nicht aufgefallen ist Das hörst du aber auch, wenn du unten langfährst Na jo, wer weiß So, Reise zum Schwarzen Loch auf Corellia Das werde ich jetzt machen müssen Tatsächlich Letzte nehmen Quest Guck mal Da ist er Täglich Das schwarze Loch Hört sich so falsch an Oh mein Gott Ah, okay Neuer Map-Teil Gut Dann War ich ein kurzes Beusel Gleich wieder da